Als Baby mit dem ungewöhnlichsten Geburtsort dürfte der kleine Jean Milot aus Greidach im Odenwald wohl ganz vorne liegen. Denn wer kann schon von sich sagen, in einem Autotunnel zur Welt gekommen zu sein? Genauer gesagt im Auto im Saukopftunnel bei Mörlenbach. Also geredet wird da glaube ich sogar tagtäglich drüber. Und den Spitznamen trägt da das Tunnelbaby. Eigentlich sollte Baby Jean Milot erst Ende März auf die Welt kommen. Doch der Kleine hat es wohl besonders eilig. Als zu Hause unerwartet heftige Wehen einsetzten, denkt sich Mama Jennifer Spohn, besser ab ins Krankenhaus. Zum Glück kann sie ihr Vater fahren. Um 5, 5.30 Uhr habe ich dann halt gemerkt, also jetzt fühlt es sich halt einfach anders da an. Es tut nicht mehr weh, es fühlt sich halt einfach komischer an. Und dann bin ich halt hoch noch bequem. Und dann habe ich halt gesagt, wenn du eh zur Arbeit fährst, könntest du mich da im Krankenhaus absetzen. Einfach nur zur Kontrolle. Also Tasche geschnappt rein ins Auto und ab Richtung Weinheim ins 18 Kilometer entfernte Krankenhaus. Doch schon nach wenigen Kilometern setzen die Wehen wieder ein. Der Kleine will raus ans Licht der Welt per Sturzgeburt im Tunnel. Also es tat auch nicht weh, es hat sich halt einfach immer komischer angefühlt. Und dann sind wir halt gerade in den Tunnel und dann, ja, fasst man so instinktiv dahin. Und dann meinte ich halt einfach nur so, ja, der Kopf ist da. Ich glaube, der Kopf ist da. Jennys Vater im Auto ruft zu Hause an. Die frischgebackene Oma weiß sofort, was zu tun ist. Und dann sagt er nur, Nicole, der Milo ist da. Und dann sage ich, wie, der Milo ist da? Ja, der ist im Tunnel, der ist schon da. Und ich so, wie, ihr seid im Tunnel, nicht im Krankenhaus. Nein, wir sind im Tunnel, ruf schnell in der Klinik an, dass wir kommen. In der Klinik werden sie schon von einer Ärztin und einer Hebamme am Eingang erwartet. Und dann haben wir letztendlich dort das Baby, was im Arm der Mutter war, erstmal abgenabelt, also die Nabelschnur durchtrennt. Und dann eben das Kleine erstmal in warme Tücher gepackt und rein in die Klinik gebracht. Doch dann wird's amtlich. Wo ist das Tunnelbaby denn jetzt geboren? Ist Jean-Milou ein Hessenbaby oder ein Baden-Württemberger? Denn durch den Tunnel geht die Landesgrenze. Bis das für die Geburtsurkunde geklärt ist, darf die Mutter die Klinik nicht verlassen. Eigentlich sagt man, da, wo das Kind geboren ist, ist der Geburtsort. Und die Ärzte sagen halt, da, wo die Plazenta kommt, ist der Geburtsort. Und deswegen habe ich auch von mir aussagen dürfen, dann sage ich Baden-Württemberg, weil in Baden-Württemberg quasi die Plazenta gekommen ist. Und dann darf ich jeden. Papa war bei der Geburt leider nicht dabei, weil er weit entfernt arbeiten musste. Also ich habe gedacht, dass die mich halt veräppeln wollen. Ich dachte so, ja komm, erzähl mir keinen Quark. Das ist bestimmt im Krankenhaus gekommen oder so. Also ja, als ich ja den Anruf dann gekriegt habe, plus ein Bild danach, nochmal fünf Minuten später, da wusste ich, okay, das war doch kein Scherz. Mama Jenny, Papa Jean-Michel und Tunnelbaby Jean-Milo. Eine glückliche Familie, die ihrem Sohn eine außergewöhnliche Geburtstagsgeschichte erzählen können, wenn er einmal größer ist. Und dann geht's.